Happy End mit Rockstar von Kylie Scott. Es liest Inga Schettrich. Liebe HörerInnen, dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Was ihr denkt, ihr könntet betroffen sein, findet ihr unter lübbe.de slash happyend mit Rockstar eine Triggerwarnung. Achtung, diese enthält Spoiler für das gesamte Hörbuch. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Euer Lyx-Verlag. Prolog. Tag, Mrs. Ferris. Das wünsche ich Ihnen auch, Mr. Ferris. Er gab mir einen Kuss. Wer hätte das gedacht? Der Anfang war schwierig. Ich lächelte. Aber ich bin heilfroh, dass wir durchgehalten haben. Ich auch. Dein Kleid. Auf erregende Weise glitten seine Finger meine Wirbelsäule hinab. Der tiefe Ausschnitt meines eng anliegenden, von der Taille abwärts ausgestellten schwarzen Kleids von Hervé Léger ließ meinen Rücken zum Großteil frei. Das Kleid hatte zudem ein tiefes, v-förmiges Dekolleté, was meinem Mann natürlich nicht entgangen war. Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich leichten Zugang zu schätzen weiß? Schon möglich, dass ich, was deine Vorlieben betrifft, ein, zwei Dinge gelernt habe, sagte ich kokett. Wir sind in der Stadt der Liebe. Hm. Niemand würde uns vermissen. Er streichelte meinen Hals und mich durchlief ein Schauer. Was meinst du, Baby? Du willst, dass wir uns von unserer eigenen Party stehlen? Es wäre nicht das erste Mal. Stimmt. Sagte ich schon, dass wir in der Stadt der Liebe sind? Er nagte an meinem Ohrläppchen. Ich glaube, ja. Wir waren in Frankreich, da Stage Dive auf Welttournee war. Die hatte drei Monate zuvor begonnen und würde noch zehn Monate weitergehen. Ein gutes Jahr unterwegs mit einer der berühmtesten Rockbands der Welt. Von Nordamerika nach Europa und weiter nach Asien, Australien, Neuseeland und über Südamerika nach Hause zurück. Nicht die ganze Familie würde auf der gesamten Tour dabei sein. Die Leute hatten ihr eigenes Leben, die Kinder mussten zur Schule gehen und so weiter. Aber an diesem Abend waren alle da. Wegen uns. Ich hatte den siebten Hochzeitstag als ungezwungenes Beisammensein feiern wollen, aber das hier war sehr viel besser. Alle hatten sich in Schale geworfen und amüsierten sich bestens. Auf Tournee zu sein war Schwerarbeit unter Dauerstress und wir hatten uns das Vergnügen verdient. Wir kommen, juhlte Mel, der blonde Schlagzeuger. David und ich traten auseinander, um die Linedancer durchzulassen. Offenbar kamen selbst schicke Partys in Frankreich nicht mehr ohne diesen Tanz aus. Als erster hüpfte Mel mit seinem zweijährigen Sohn Tommy auf den Schultern vorbei. Hinter ihm kam der fünfjährige Gibson mit seinem Vater Ben, dem großen, bärtigen Bassisten. Dann folgte Jimmy, der Sänger, mit seinen Zwillingsmädchen, die nun fast sechs Jahre alt waren und demnächst vermutlich die Weltherrschaft antreten würden. Ein Hoch auf starke Frauen. Ihr Vater hätte über ihre Energie und ihren Lebensmut nicht glücklicher sein können. Jimmy mochte früher der aalglatte Bad Boy der Band gewesen sein, doch er hatte sich zu einem anständigen Menschen und großartigen Vater entwickelt. Zuletzt kam Sam, unser Sicherheitschef, in seinem üblichen schwarzen Anzug. Mit einem Pokerface, wie es nur wenige aufsetzen konnten, nickte er mir beim Vorbeitanzen kurz zu. Pardon, Mrs. Ferris. Ich konnte ihn einfach nicht dazu bewegen, mich beim Vornamen zu nennen. Kein Problem, Sam. Wunderbarer Abend. Lächelnd prostete ich ihnen zu. Das kann man wohl sagen. Tommy verlangte lautstark abgesetzt zu werden und sein Vater gehorchte. Der Kleine rannte sofort zum Buffet, schnappte sich ein paar Makronen und verschwand hinter der Chaiselon. Die anderen drei Kinder taten es ihm gleich und so war das Makronentablett bald leer und die Kleinen wurden immer aufgedrehter. Die werden tagelang im Zuckerschock sein, sagte David und schmiegte sich wieder an mich. Lena reist morgen mit den Mädchen nach Hause. Kannst du dir so viel Energie in einem Flugzeug vorstellen? Er ächzte. Irgendwie beängstigend. So wird es uns auch mal gehen. In fünf Jahren oder so. David nahm einen Schluck Bier aus der Flasche. Denn auch in Paris und im Dreiteiler nippen Rockstars keinen Champagner. Das ist der Plan, sagte ich. Und du planst ja so gern. Da hatte er recht. Manche Menschen konnten ihr Leben lang aus dem Bauch heraus handeln und waren zufrieden damit, nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Zu diesen Menschen gehörte ich nicht und hatte das akzeptiert. Erkenne dich selbst und so. Ich liebte Listen, sauber geordnete Verzeichnisse von allem, was in meinem Leben anstand. Ort, wo ich hinwollte, Dinge, die ich zu erledigen hatte, Ziele, die es in meiner Arbeit zu erreichen galt. Planung gab meinem Dasein Formen und einen Sinn. Und das wiederum half mir, das Leben voll auszukosten. Nicht, dass ich das eine oder andere Abenteuer verschmäht hätte. Schließlich war ich in Las Vegas als frisch getraute Frau eines Rockstars aufgewacht. Aber am besten ging es mir, wenn alles schön nach Plan lief. Dann war ich glücklich. Amüsieren wir uns also, solange wir es noch können. Seine Finger glitten unter mein langes, blondes Haar und er rieb mir den Nacken. Gitarristenhände sind etwas Wunderbares. Diese Kraft und Geschicklichkeit, von der schöpferischen Begabung ganz zu schweigen. Ich hob eine Braue. Sprichst du schon wieder von dem Bart? Wie ich es sehe, hat die Suite vier Zimmer, raunte er heiser und unglaublich sexy. Mein Höschen wurde bei jedem seiner geflüsterten Worte feuchter. Schlafzimmer, Bad, Esszimmer und diesen Salon, wie der Butler wohl dazu gesagt hat. Bei dem, was wir für eine Nacht hier bezahlen, wäre es falsch, aus der Suite nicht alles herauszuholen. Oh, vier Zimmer werden wir doch wohl schaffen. Das will ich hoffen. Schließlich bin ich gestern erst 28 geworden, sagte ich. Genau. Nach Led Zeppelin waren die Rolling Stones dran. Und erst gestern haben wir anlässlich deines Geburtstags unsere Mitgliedschaft im Mile High Club verlängert. Ich warf ihm ein betont selbstzufriedenes Lächeln zu. Und jetzt sind wir hier, in der Stadt der Liebe, Baby. Also, lass uns Liebe machen. Großer Gott, sagte ich lachend. Du solltest dir in Paris musikalisch dein Allerbestes geben. Immerhin holst du mit diesem Stadt-der-Liebe-Ding raus, was nur geht. Mein Mann zwickte mich in den Hals und ich fuhr zusammen. Aber nur leicht. Gebissen wird nicht, erklärte eine kleine Stimme. Hörst du, Onkel Davy? Verdammt, Tommy. David schluckte. Hab dich gar nicht kommen sehen, Kumpel. Das Kind starrte mit zerzaustem Blondschopf entsetzt zu uns hoch. Du hast geflucht. Erwischt, raunte ich. Tommy hob die Arme mit der wortlosen Aufforderung, in die Arme genommen zu werden, und David kam ihr anstandslos nach. Kaum saß der Junge auf der Hüfte meines Mannes, schürzte er tief in Gedanken die Lippen. Kekse! David verkniff sich ein Lächeln. Ach nee. Tommy blinzelte nur und bot ein Bild reinster Unschuld. Kekse gibt's leider keine mehr, antwortete ich. Wie wär's mit einem Apfel? Nein. Oder mit Beeren? Der Junge rümpfte angewidert die Nase. Nein. Weder Apfel noch Beeren? Also lieber eine schöne, leckere Steckrübe? Ich geht. Nachdenklich tippte ich mir mit dem Finger ans Kinn. Was hältst du dann von einem herrlichen, großen Kohlkopf? Er schüttelte energisch den Kopf und David grinste. Lieber Brokkoli? Spargel? Eine Zwiebel? Tommy kicherte. Nein, Tante F, nein. Drohst du meinem Kind wieder mit Gemüse? Mel kitzelte seinen Sohn und der wand sich wie ein Wurm. Einfach krank und verwerflich ist das. Wie kannst du nur Kindsbraut? Kindsblau, wiederholte Tommy ahnungslos. Wie lange willst du mich noch so nennen? Ich nahm einen Schluck von meinem Drink. Ich werde bald dreißig verflixt nochmal. Mel zwinkerte mir nur zu. Kaum hatte David ihm den Jungen gegeben, wollte Tommy auf den Boden und rannte auf seinen kleinen Beinen davon. Mel schüttelte den Kopf. Die geben nie Ruhe und darum wird er ein Einzelkind bleiben. Ach ja? Fragte David. Malmagnet.